Ja, Mensch, schön hier bei euch. Ihr macht hier Urlaub? Das ist schön. Wer seid denn ihr? Wo kommt ihr her? Wo wollt ihr hin? Wir sind das Team Hakuna Matata aus Dresden. Ja, wir wollen jetzt nach Banjul unser Auto da hinschicken und gucken, ob es jemand haben möchte. Aha, okay. Wir gehen davon aus, dass es jemand haben möchte, weil wir haben schon ein Flugteam jetzt gepuffelt. Sollte ja auch gehen. Genau. Ja, wenn alles gut geht, fahren wir jetzt sogar durch die Wüste und hoffen, dass unser lieber Opel da unten ankommt. Großartig. Weiter so gut fährt. Weiter so gut fährt. Das ist der gute Opel. Ja, und der ist ja so schön bunt, sag mal. Wie kommt das? Habt ihr den so bemalt oder was? Nein, das war ein Graffiti-Festival in Dresden. Die sind an die Rallye herangetreten und haben gefragt, ob es Teilnehmer gibt, die ihr Auto zur Verfügung stellen. Und dann sind wir hingefahren. Und siehe da, linke Seite, rechte Seite, zwei verschiedene Teams wurden gemalt. Genau. Mit. Wir haben vorher nicht gewusst, was es wird, aber wir haben es dran gelassen. Na bitte. Schön, auch noch klasse. Ja, schön. Danke dafür. Viel Glück, dass er gut ankommt, dass alles ganz bleibt, dass er gut durchkommt. Und in fünf Minuten bin ich zurück und dann ist mein Turn mit den Füßen, oder? Hast du den falschen Robo für euch? Okay. Ch зд weh ich weh